55.000 Menschen, Michael Jackson live. Eine Produktion der Superlative. Gleichzeitig war es das letzte große Konzert auf dem Norder, dem 31 Hektar großen Nordmarkschirm. Sie sind damals ganz dicht am amerikanischen Superstar dran. Erinnerung fürs Leben. 50.000 Fans waren damals gekommen. Es war das letzte große Konzert auf dem Nordmark-Sportfeld. Michael Jackson stirbt 2009, am Ende als tragische Figur. Aber damals, vor 25 Jahren, war er das größte Pop-Ereignis der Welt in Kiel. Und dieses Jacko, ich will ein Kind von dir. Die hatten ja diese ganzen Poster und Banner, alles hinter mir im Nacken gehabt. Das war's für heute.